Ich möchte eine Geschichte aus der Bibel, aus dem Wort Gottes lesen. Wo es um einen Kranken geht, der gesund gemacht wird. Es gibt einen Krankenwagen und ein Schäfer. Johannes 5, du kannst es einmal lesen, Vers 1 bis 9. Johannes 5, Vers 1 bis 9. Johannes 5, Vers 1 bis 9. Und in Orschelien, in der Bibel, die Böhrke, die in der Bibel, die Böhrke, die Hemser, hat 5, Vers 1. In dieser Bibel, die Böhrke, die Böhrke, hat er, in der Bibel, die Böhrke, hat er, hat er. Vielen Dank.